Ich bin gerne bei Erbe, weil ich hier eine sehr gute Ausbildung bekomme. Ich bin gerne bei Erbe, weil ich mich hier aufgehoben fühle. Ich bin gerne bei Erbe, weil man hier mit Menschen aus der ganzen Welt zu tun hat. Ich bin gerne bei Erbe, weil ich viel Neues lernen kann.